...Picadero, vorgestellt von Petra Wallenberger von der Pferdesportgemeinschaft am Europakonain mit Heimbach. ...Picadero, vorgestellt von Petra Wallenberger von Petra Wallenberger von Petra Wallenberger von Petra Wallenberger. ...Picadero, vorgestellt von Petra Wallenberger von Petra Wallenberger von Petra Wallenberger von Petra Wallenberger. ...Picadero, vorgestellt von Petra Wallenberger 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 von Petra Wallen Untertitelung des ZDF, 2020